Vielen Dank noch einmal, Angela, für den wunderbaren Vortrag und für die Aufschlüsselung des Films, noch bevor wir ihn gesehen hatten. Und natürlich auch für diese starke These, mit der du geendet hast, was der Film leistet, kann keine Kommunikationssoziologie. Ich möchte mit deiner Beobachtung anfangen, die wir bei diesem Film machen konnten, zwischendurch. Der Pasolini weiss eigentlich immer, was er wissen will. Und seine Fragen sind ziemlich insistent. Und es verschlägt ihm eigentlich nie die Sprache, ausser bei dem einen Moment, wo er auf eine glückliche Person trifft. Und da weiss er nicht mehr, was er sagen soll. Und er rechnet eigentlich mit Unglück und weiss dann auch, wie er weiterfragen soll. Aber in diesem Moment verschlägt ihm die Sprache. Kannst du dazu mal was sagen? Ja, es ist in dem Moment, also natürlich, das ist das, was sehr auffällt und gerade auch wieder, es ist die Sprachlosigkeit ja nicht nur vor der Naivität, sondern es ist die Sprachlosigkeit vor der, ja immer ein schwieriges Wort, vor der Authentizität. Also diese Frau ist, sie ist, auch da ist es wieder so, nicht das, was sie sagt, sondern das, was sie ausstrahlt. Also sie ist glaubwürdig. Bei ihr kann er, also ist das nicht zu finden, was wir eigentlich in allen anderen Situationen finden, die Diskrepanz zwischen Sprache und Bild. Also zwischen dem, wie eine Person erscheint und dem, was sie sagt. Und bei ihr ist es so, also da gibt es diese Doppelbötigkeit nicht, nach der er ja pausenlos sucht und die ja auch in allen anderen Szenen zum Ausdruck kommt. Also ich denke, so einfach, da stellt sich genau diese Frage, was er am Schluss ja dann auch am Ende nochmal formuliert und sagt, also halb ironisch oder direkt ironisch, er wünscht den beiden alles Glück der Erde, aber er wünscht ihnen vor allem, dass sie sozusagen über die Liebe sich bewusst werden, weil ihre Liebe ja was Falsches hat in dieser verklärten Form. Bei der Frau, also dieser tuskanischen Frau in ihrem Badehäuschen, glaube ich, verschlägt es uns allen die Sprache, weil es in der Authentizität nichts mehr zu, also dann zu sagen, ja kann aber doch nicht sein, macht keinen Sinn. Das ist kein Widerspruch mehr. Aber naiv ist die ja eben nicht. Also die hat ja auch diese... Nein, die ist nicht naiv. Also es ist einfach klar. Habe ich gesagt naiv? Nein, nein, naiv. Nein, die ist nicht naiv. Also da ist es eben nicht genau dieses Vorgegebene, also dieses Prätentierte. Oder auch keine Diskrepanz zwischen den Diskursen und dem Körper. Ja, genau. Die souverän könnte man auch sagen. Was sie sagt und was sie fühlt. Und man ist versucht zu glauben, auf was sie lebt. Auch wenn man ja, also ja, Wunder soll es geben. Aber ich denke, das ist der Grund, warum da, warum er diesen Moment zurück schreckt dann auch. Oder sagt Odio. Anderes Moment vielleicht noch ganz kurz, das auch noch kommentiert werden könnte. Du hast davon gesprochen, es gibt ja den einen Elvis Presley Song. Wir hören zwischendurch Schlagermusik. Es gibt den einen Moment, wo er Moravia interviewt, wo man eine Kreise gehört und Oper. Das ist wahrscheinlich Musik, die laufen gelassen wurde im Hintergrund. Und das ist Umgebungsgeräusch. Und das wurde natürlich aufgenommen mit einem Nagra-Tonbankgerät. Den Dialog kann man da nicht wegmischen oder so. Lässt er aber drin. Was spielt denn die Musik da für eine Rolle? Ja, das ist die Frage, hätte ich gern dir gestellt. Also, wenn ich, das ist ein Punkt, den ich mir auch gerade nochmal am Ende quasi notiert habe. Oder auch zwischendurch. Ich habe ja nur am Anfang diesen Elvis, diesen Elvis Presley Song angesprochen. Es gibt ja diese zwei Elemente, der hatte immer den italienischen Schlager, also diesen Bella Italia Schlager, 60er Jahre, Aufbruch nach Italien. Also 60er Jahre war ja auch die Zeit, in der Italien als Urlaubsland von Deutschland entdeckt wurde. Da fing es ja an, die großen Züge nach Italien. Und wir alle diese, auch wenn ich die Schlager jetzt ehrlich gesagt nicht erkannt habe oder nicht so zu sagen wüsste, welche es sind. Aber diese Art des Schlagers ist uns allen, glaube ich, gefallen. Der Sound der Rekorde. Ja, das ist so dieses, was in. Und ich habe mich genau an diesem Punkt, die Opernmusik kommt ja, als über die Bürgerlichen, also über die Borghese gesprochen wird. Die Bürgerlichen, die keine Auskunft, die Bourgeoisie, die ja nicht vor die Kamera gekommen ist, die keine Auskunft gegeben hat. Und in dem Moment hören wir Opernmusik. Also da ist es so quasi dieses, da ist die Musik ja unterstützend, komplementär, versinnbildlichend wieder für das, worüber gesprochen wird in anderen Momenten. Aber darüber habe ich noch nicht, also da gibt es vielleicht, durchaus bin ich dankbar auch für Hinweise, weil ich finde das einen interessanten Punkt. Und also, er setzt die Musik ja nicht kontrafaktisch ein. Es ist nicht so, dass die Musik irgendwie eine zusätzliche Ebene noch liefert oder dem, was gesagt und gezeigt wird, widerspricht. Ich glaube, so, das kann man nicht sagen. Sie ist auch nicht immer komplementär. Manchmal kommt es mir fast so vor, als sei sie willkürlich. Aber ich glaube, also du hast vorhin gesagt, Musik in anderen Filmen, Pasolinis, wird ja in ähnlicher Weise verwandt. Da müsste man vielleicht noch mal ins Werk gucken. Das kommt häufig vor. Wir haben also letzte Woche eben die Kurzfilme angeschaut, die Kurzspielfilme. Und da gibt es eben zum Beispiel Cosa sono le nuvole, wo der Domenico Modugno, der bekannt ist für Volare, der auch eine wichtige Rolle spielt in dem Film. Also dieses Hineinnehmen der populären Musik ist ein wichtiges Stilelement. Aber hier scheinen es teilweise, sind es Fundstücke, die aber passen, also wie die Opernmusik bei Moravia. Und manchmal ist es dann auch eingesetzt, aber meistens ist es schon Atmosphärenton. Aber es gibt eine Frage. Also ich glaube auch, es ist also nicht, also klar mit der Aufnahmetechnik, die Nagrager konnte nicht wie heute, man kann es ja nicht einfach rausschneiden. Aber bei der Opernmusik wäre es interessant, noch mal zu gucken. Ich glaube nicht, dass die aus dem On kommt. Aber das habe ich jetzt auch noch nicht geniegend drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, zur Musik hätte ich auch noch mal eine Nachfrage. Aber zunächst sollte ich zurückkommen auf die glückliche Frau im Badehäuschen. Ist sie nicht so etwas wie eine von ja doch öfter auftretenden Zeuginnen und Zeugen jetzt seiner politischen Auffassung? Also es sind ja nicht so wenige, die ihm dann doch so aus der Seele sprechen, besonders die Mädchen, die jungen Mädchen, die ja dann eben dieses Freiheitsstreben verkörpern, das er ja eigentlich hören will. Und die sich ja immer nicht einverstanden erklären mit der Ungleichheit. Also zumindest gibt es ja so einige kleine Mädchen, die das ausdrücken. Und sie ist ja auch so, sie spricht ja dann auch, es geht ja glaube ich um die Scheidung. Die, sie sagt dann, obwohl sie eben in ihrer Ehe so glücklich ist, ist sie für die Scheidung. Und ich glaube insofern spricht sie eben für ihn, also im Sinne seiner Kundgebung. Ich war ihnen sehr dankbar für diese Auflösung des Titels. Das war mir gar nicht klar, dass Comitio Kundgebung heißt. Und mir scheint tatsächlich, hier würde ich eher, also ihrem, ihrer Bewertung etwas widersprechen wollen. Und mir scheint der Film doch sehr eine Kundgebung Pasolinis zu sein. Also eher in die Richtung, wie Vincenz Hediger angedeutet hat. Also er gibt ja so viel vor und er spricht in den Text ja quasi manchmal so ins Mikrofon praktisch. Und dann sagen die bloß noch ja und so. Das kommt sehr oft vor, dass er sehr viel spricht und dann auch bewertet. Also bei dem einen Jungen am Strand sagt er, ja, es gibt niemand Tauberes als den, der nicht verstehen will oder so. Also es ist schon ziemlich stark. Also ich empfinde, je öfter ich den Film sehe, ihn etwas unangenehm in diesem pädagogischen Impetus. Und da wollte ich vor allem fragen nach Ihrem Eindruck, wie diese intellektuellen Runde so als doch irgendwie abgehobene Sphäre in dieses Tutti Frutti oder wie heißt dieser eine Titel, also in dieses italienische Desaster des Konformismus eigentlich implantiert ist. Also ich habe irgendwie die Befürchtung, dass er sich doch da in so eine Heere-Gruppe dann setzt, die da so drüber drohnen. Das finde ich eigentlich das etwas Unangenehme an dem Film. Es wird etwas gebrochen dadurch, dass auch Musik im Hintergrund erklingt, so aus dem Automaten. Das ist auch so eine Schlagermusik. Also sie sind irgendwie auch integriert so. Es wird so formal, strukturell irgendwie integriert in diese Interviewstruktur. Aber sie reden ja über die anderen und scheinen sozusagen mehr zu wissen und dröseln sozusagen diesen Konformismus auf. Und da komme ich nicht so ganz klar. Also da würde ich eher mich anschließen. Sie haben ja öfter gesagt, er spricht nicht über seine Homosexualität oder er ist eben auch überhaupt nicht. Also er ist ja gar nicht bereit, also was weiß er denn oder was macht er öffentlich oder Pasolini und was macht Moravia öffentlich? Also sie sind doch eigentlich genau so in ihrem Verdecken oder Verbergen und sprechen aber sozusagen über die Befragten, über das Volk, so als ob sie sozusagen dieses Wissen haben, was sie dort vermissen. Also diese Diskrepanz finde ich schon sehr, sehr auffällig. Also so Kundgebung sozusagen von Pasolini illustriert mit Interviews, wäre es etwas zugespitzt. Also das ist sicherlich auch eine andere Qualität. Aber so dieses Pädagogische, da würde ich nochmal vielleicht Sie fragen. Okay, also waren jetzt mehrere Dinge. Also das eine ist Kundgebung, das war mir, also A heißt, das Wort Comitio kommt, also damit ist bezeichnet eigentlich die politische Kundgebung und ist vor allem also in politische Kundgebung der KPI oder in der Toskana. Ich meine aber mit Kundgebung was anderes. Der Film ist eine, also er hat eine, man könnte so sagen, eine politische Botschaft. Es ist nicht eine Umfrage. In dem Sinne, habe ich gesagt, kann man nicht Umfrage, Untersuchung sagen, sondern es ist Comitio, ist eine, ist was mit einer Ambition, mit einem Impetus. Der Film will etwas. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, dass Pasolini selbst jetzt sich als ein Besserwisser oder als der Pädagoge der Nation inszeniert. Also da ist meine Wahrnehmung eine ganz andere als ihre. Natürlich gibt der Film selbst, will in seiner Vielfalt, auch in der Unterschiedlichkeit der Position, die wie ich finde durchaus zum Tragen kommen, will er etwas kundtun mit einer politischen Ambition. Und die politische Ambition ist die der Aufklärung. Die ist die Ambition dessen, dass die Zustände in Italien der 60er Jahre noch keineswegs Zustände sind, sozusagen des Aufbruchs in die neue Zeit, der Veränderung, auch der Störung von religiösen, traditionellen Vorstellungen, nicht nur der Sexualität, sondern des Lebens überhaupt. Und hier wird ein Gegenbild entworfen. Es geht aber nicht darum, sozusagen, also das ist der eine Punkt, ich finde es überhaupt nicht störend, im Gegenteil, dass Pasolini sich nicht outet. Also dass er nicht, das war ja ihr Punkt, dass er selbst nie über, also dass er nicht über sich spricht. Aber dazu muss man vielleicht aber auch wissen, in Italien, im Unterschied zu Deutschland etwa, war Homosexualität nur unter Mussolini und den anschließenden drei Jahren der italienischen Republik verboten. In Deutschland ist der Paragraf 175, ja offiziell erst 1994, also die Strafbarkeit von Homosexualität, erst 1994 wirklich gefallen. In Italien gab es keine Strafverfolgung, in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das heißt, es geht hier nicht darum, dass Pasolini, der ja Schwierigkeiten hatte, ich weiß nicht, es kam wahrscheinlich auch zur Sprache schon in den anderen Sitzungen, durchaus, also der von, als er noch Lehrer war, ja auch bezichtigt wurde von drei Jugendlichen, um sich ihn sexuell genährt zu haben. Das wurde dann aber, also wurde als, hat sich als unrichtig erwiesen. Es geht ja nicht um ein Outing von Pasolini. Natürlich, und genau darin liegt aber meine, also in diesem Nicht, dann irgendwann zu sagen, ich bin aber homosexuell, wenn die alle erklären, durch die Bank, selbst die, die erst sagen, sie haben Mitleid oder Mitgefühl, ja, wenn man sie dann fragt, was empfinden sie Abscheu, Ekel. Und genau, dass er nicht dann sich dazu verleiten lässt, quasi es persönlich zu nehmen und sich zu positionieren, sondern dass er indirekt, dass er weiterfragt. Und das war das, was ich vorhin mit dem, also was man mit dem Interactive Mode, er geht in die Interaktion, er ist nicht nur reiner Beobachter, aber in der Interaktion lässt er immer dem Gegenüber Spielraum, egal, ob er seine Meinung teilt oder in aller Regel nicht teilt. Also da haben wir, glaube ich, wirklich eine unterschiedliche Wahrnehmung. Wäre ja interessant auch, vielleicht, kann man ja vielleicht noch vertiefen, wie es den anderen ging oder geht. Ich will aber noch auf den zweiten Punkt, der Intellektuellen. Ja, also ich bin da, muss gestehen, hatten Sie auch vorhin, ich war da auch so ein bisschen, also in meiner Erinnerung an den Film, ich mache es so rum, war das irgendwie so ein bisschen der Club der alten Männer, der dann seine, die Weisheiten zu allem und jedem kundtut. Beim Wiedersehen und Wiederholtensehen des Films würde ich, also kann ich das so eigentlich nicht mehr teilen. Ich finde es auch hier nicht, nicht wirklich überhebliche Positionen, das war ja das, was Sie sagten, Frau Prange, dass die sich so drüber stellen oder sie erklären die Welt und die wissen das alle, die wissen es besser. Es ist natürlich, es ist der Modus des Reflektierens, also die Aufgabe des Intellektuellen ist die Reflexion. Und diese Position nehmen Sie ein, mal besser, mal schlechter. Und Ihnen auch da gilt das, was ich finde, was für die Interviews gilt, ich höre gleich auf, dass man, aber wenn man Sie dazu sieht, Also auch hier ist es ja, wenn man den Musati sieht, während er spricht, den Moravia und vor allem den Ungaretti, der Ungaretti, der dann gefragt wird zu seinen persönlichen Abnormalitäten oder was, da sieht es da mit seinen, weiß ich nicht, da schon über 80 und sagt dann, ich bin ein Dichter, meine, ein Homo. Ja, und dann aber ein Poeta. Also es ist schon die, also... Es gelten nur noch die Gesetze des Todes. Ja, ja, genau. Aber, also auch hier ist es ja die... Es ist auch hier wieder das, wie man Sie dazu sieht, was Sie sprechen und auch wie Sie über andere sprechen, gibt dem Film schon noch eine andere Dimension. Und wenn es auch die ist, dass sozusagen die Vorgehensweise selbst nochmal reflektiert wird. Also ich sehe es nicht als den Club der alten, weisen Männer, die alles besser weiss. Ich bin versucht, zwei Anmerkungen zu machen. Ach so, du. Bevor Nils die nächste Frage stellt. Also zu der Frage, ob die glückliche Frau Pasolinis Position vertritt, ich würde es vielleicht so formulieren, was ihn zum Schweigen bringt, ist, dass das immanente Glück eigentlich das Ende der Politik ist. Da gibt es nichts mehr zu tun. Und bei den jungen Mädchen, da gibt es noch diese Diskrepanz und die Transzendenz und die Hoffnung, dass die mal ein glückliches Leben haben werden. Aber da hat er es. Und die Welt verändert. Genau. Und da gibt es keine Welt mehr zu verändern. Und deshalb auch nichts mehr zu sagen. Was das eigene Involviertsein in dieser Art von Analyse angeht, einfach nur der Anekdote halber der Hinweis, ist, dass Musattis Arbeiten zum Kino insofern interessant sind, als er sie präsentiert, als eine Fallstudie aus der therapeutischen Praxis, wo er versucht, das Kino gewissermaßen als Therapiemaschine darzustellen oder als Helfer des Analytikers. Und das macht er an einer grossen Fallgeschichte, die sehr interessant ist und voll von intimen Details, von der man dann irgendwann realisiert, dass es seine eigene Biografie ist. Aber nicht in der Erstpublikation. Also der hat sich selbst in gewisser Weise in seiner theoretischen Erläuterung aufs Spiel gesetzt und eigentlich ohne den Bekenntnismodus zu wählen, seine eigene Biografie zum Material genommen. Und das scheint mir für diese Art von Engagement durchaus interessant zu sein. Nils? Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie diesen Film ausgewählt haben. Also für mich lag jetzt in der Rezeptionserfahrung auch so eine Spannung eigentlich in der Dynamik, in der Montage zwischen diesen Gruppen, die gezeigt wurden, Individuen in den Gruppenansammlungen, die interviewt wurden, und dann Einzelpersonen. Jetzt nicht nur die exponiertesten Morawier, sondern eben auch, wenn man das so bezeichnen will, die Durchschnittsbürger in Anführungszeichen. Und ich wollte jetzt nochmal auf die Versuchsanordnung zurückkommen, die Sie auch im Vortrag erwähnt haben, so im Spannungsfeld zwischen diesem Cinema Verité und Direct Cinema im Hinblick auf Distanz und Einmischung. Das sind zwei technische Sachen im Prinzip, auf die ich da hinaus will. Das eine ist der Einsatz von Synchronton und Nachsynchronisierung, der hier auch wieder ganz augenfällig war. Also das ist uns in der Reihe ja schon ganz oft begegnet, weil Pasolini da ja einer ist, der da sehr differenziert mit umgeht, sehr kreativ, sehr frei und auch ästhetisiert nachsynchronisiert. Und das ist an seinem eigenen Auftreten ja hier ganz augenfällig, wie oft er sich selbst nachsynchronisiert. Und es wird auf der Tonebene ganz oft dann eben auch ein Sprung zwischen seinem nachträglich nochmal anders eingesprochenen Fragen und dem Direktton offenkundig. Und das andere war eine Frage hinsichtlich der Formatsprünge. Also wir hatten ja ganz oft so einen Wechsel zwischen diesem Normalformat und dann diesem kaschierten Breitbild mit schwarzen Balken. Und da kommt ja auch so ein Wechsel zwischen Distanz und Nähe rein und oft innerhalb einer Einstellung sogar. Und manchmal wie so eine Art Zuspitzung des Formats dann auch bei der Autozensur. Und da habe ich mich gefragt, inwieweit das jetzt ein ästhetischer Einsatz ist oder ein dramaturgisch motivierter Einsatz. Es ist ja sicherlich kein Kopierwerksfehler. Ich dachte, Sie wollten was zum Kopierwerksfehler sagen. Nein, sicher nicht. Also weiß ich gerade am Anfang nochmal von wegen Direct Cinema oder Cinema Verité. Ich meine, wir dürfen in beiden Fällen ja nicht vergessen, bei beiden Varianten handelt es sich ja immer um Filmtechniken. In beiden Fällen sind es extrem gestaltete Filme. Also sowohl für das Direct Cinema wie für das Cinema Verité gilt ja, es gibt ja unterschiedliche Zahlen zum Verhältnis von getretenen Metern und dann verwendeten Metern. Also das ist das nach formalen Prinzipien gestalteten Film haben wir in beiden Fällen in einem extrem hohen Maß. Und auch gerade beim Direct Cinema, auch mit dem Anspruch des beobachtenden Films, heißt das ja nicht Verzicht auf Gestaltung. Und das ist bei Pasolini, also bei Pasolini auch in diesem Film ja extrem auffällig, wie Sie sagen, der Wechsel zwischen den Tonebenen, das Einsprechen in den Film, das aber auch ja völlig un... also es wird ja nicht kaschiert, es soll auch nicht kaschiert werden. Es ist immer damit aber auch die Selbstreflexion des Kinos. Also die ja mit einem Anspruch des dokumentarischen Films, dieser Spielart, egal ob das Cinema Verité oder Direct Cinema ist, ist ja nicht nur die Sache zu reflektieren, sondern immer auch die Rolle des Kinos, des Films, der Kamera. Also nicht nur des Interviewers als Person zu reflektieren, sondern die Rolle der Kamera und gerade auch die Rolle der Montage des bewussten Gestaltens. Es ist keine abgebildete Wirklichkeit, es ist auch nicht der Anspruch, Wirklichkeit abzubilden, sondern es ist gestaltete Wirklichkeit. Und die Gestaltungsmerkmale dürfen bemerkt werden, sollen bemerkt werden und sind hier also manchmal ein bisschen fast zu auffällig. Also könnte man so empfinden, aber sie sind auffällig und sie sollen auffällig sein. Aber ich finde sie in der, also deshalb mache ich den Film so stark, ich finde sie nicht störend, weil sie ergeben ein Gesamtbild in dieser Diversität. Also sie dürfen auffallen, man merkt es und das bringt einen dazu, auch das mit zu reflektieren. Also insofern. Nur eine ganz kurze handwerkliche Fussnote zu dem, was Angela Keppler gerade gesagt hat. Man müsste auch nochmal schauen, welche Mikrofone genau eingesetzt wurden, weil das Mikrofon, das er verwendet, ist eindeutig eines, das für Dialog optimiert ist und nicht für Raumklang. Und das Wegfallen des Umgebungstons, wenn es hin und her reicht, hat auch etwas mit der Mikrofontechnik zu tun, und wird aber dann natürlich in der Tonmischung noch unterstützt wahrscheinlich. Die Formatfrage, man müsste die Kopie nochmal anschauen, der ist jetzt hier ohne Abkassung projiziert worden. Und das ist dasselbe Problem manchmal bei den Hollywoodfilmen, wo das Mikrofon reinhängt. Das ist kein Fehler, sondern das ist ein Projektionsfehler. Da hinten gibt es eine Frage. Also aber das Mikro ist klarerweise, das ist das Zunagra gehörige Mikro, und das sieht man auch, was er immer in der Hand hat, was also ausgerichtet ist auf die Person. Und kein Surroundton mit aufnehmen. Das ging zu der Zeit auch noch nicht mit denen. Ich wollte eingangs einen Ansatz bieten, wie man die Lieder einordnen kann, die abgespielt wurden. Zwei davon sind Sommerhits von dem Komiker Raimondo Vianello. Und das sind Lieder, die zum kollektiven Imaginären gehören. Also ich kenne die auch schon seit immer. In dem einen geht es um Urlaubsromanzen, also Männer, die am Strand eine Frau finden und im nächsten Jahr wieder zu diesem Strand zurückkehren, in der Hoffnung, die alte Verflossene wiederzufinden. Das andere ist ein sehr ironisches, spaßiges Lied. Und da berichtet das lyrische Ich davon, wie afrikanische Buschmänner, die so groß sind wie Giraffen, sich in schwindelerregenden Höhen in Küsse voll tief empfundener Liebe austauschen. Und das... Genau, das Kontinente Nero. Und das Dritte hat vielleicht aber schon einen ironischen Unterton oder ist gewollt ironisch eingesetzt an der Stelle. Das war nämlich bei der Szene, wo die Fußballmannschaft interviewt wird. Ich habe nur die ersten zwei Zeilen mitgekriegt. Da beschreibt eine Frau, wie sie sich am Sonntagmorgen langweilt, während der Mann zum Fußballspiel fährt. Und meine Frage bezieht sich auf die letzte Episode, die mit der Hochzeit. Mich würde interessieren, wie Sie die einordnen würden. Weil ich habe eine Rezension gelesen, da wurde das gewertet als eine Kapitulation von Pasolini. Also Pasolini, der feststellt, dass seine journalistische Arbeit vielleicht nicht in der Lage ist, diese Dialektik zwischen dem wahren und dem ungesagten Italien wiederzugeben. Und dass das sozusagen ein poetischer Einschnitt ist, der eine Alternative bieten will. Also der vielleicht in der Künstlichkeit des Kinos eine andere Möglichkeit des Ausdrucks sucht. Also über die letzten Worte denke ich gerade noch nach, über das, dass es eine Kapitulation Pasolinis quasi von seinem eigenen Unterfangen oder Anspruch war und das gescheitert ist, halte ich für, diese Meinung teile ich nicht. Ich versuche mich höflich auszudrücken. Ich finde diesen Schluss nicht unproblematisch. Ich könnte auf den verzichten. Also wenn ich den Film gucke. Die Interpretation, die, ich bin gerne bereit, wenn Sie bessere haben, meine Interpretation war schlicht und ergreifend, in die oder ist die, dass er hier nochmal natürlich dieses, also zwischen dem Bild, oder eigentlich ist es ja hier die Verklärung der romantischen Liebe, die aber nochmal als das falsche Bild aufgerufen wird. Und er sagt dann ja auch am Ende, also dass es ein falsches Bild ist und dass sie aber gefangen sind, in diesem Käfig zu glauben, das sei das Wahre. Und er wünscht allen Liebenden, dass sie dahin kommen zu sehen, dass sie dieses, ja, nicht wirklich Wahre hinterfragen. Also es ist nochmal ein Aufnehmen dessen, worum es in dem ganzen Film ging, in einer fiktionalisierten Form. Ich muss gestehen, viel mehr fehlt mir zu diesem Ende nicht ein, aber vielleicht hast du dazu auch eine Anmerkung. Ja, dann ist mein Name. Ich komme aus dem ehemaligen Ostblock. Ich frage mich, was ist so besonders bei diesem Film, der eigentlich einen Querschnitt durch Italien der damaligen Zeit zeigt. Und ich weiß nicht, ob auch andere in Westeuropa versucht haben, solche Dokus zu machen. Ich glaube nur, dass es so große Unterschiede zwischen den Ländern nicht gegeben haben. Und ich finde den Film einfach normal. Normal gut oder normal schlecht? Normal gut für die Situation, die damals war. Es gibt verschiedene Leute, die verschiedene Meinungen äußern und einige, die zufrieden sind, was auch normal ist. Also warum ist das so überraschend und besonders? Ich weiß jetzt nicht, in welchem Sinn Sie, also mit überraschend und besonders, ich finde den Film deshalb gut, weil er genau das leistet, was Sie sagen. Er gibt ein unaufgeregtes, vielschichtiges Bild der Situation zu dieser Zeit, was ich ja vorhin auch versucht habe, mit diesem altertümlichen Begriff des Sittengemäldes zu umschreiben. Das aber in, sozusagen in, die Art, in der er es tut, ist die, dass er Menschen zum Sprechen bringt, sprechen lässt, ohne sie zu, bloßzustellen, zu desavouieren, ohne dass sie, und auch ohne, dass sozusagen er, also das, was ich vorhin sagte, nicht tut, dass er pädagogisch wird und den Menschen sagt, was sie eigentlich denken sollten. Er macht es in Seitenbemerkungen, manchmal in kurzen Kommentaren, die häufig eingesprochen sind, also auch im Nachhinein eingesprochen sind, um darüber nachzudenken, that's it. Also kann man sagen, ist banal, ich finde es nicht banal, ich finde es erstaunlich, dass es sozusagen in dieser Form ein solches Bild einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit mit all ihren Widersprüchen, Ideologien gibt. Jemand sollte das machen, haben auch andere versucht jetzt, oder ist das das einzige Beispiel für damals? Also die Frage ist, ob es ähnliche Filme aus dieser Zeit, aus den 60er Jahren gibt. Naja, die Idee, also deswegen, der Film, den ich vorhin erwähnt habe, von Jean Rouge und wie heißt der Soziologe? Mora, danke, den Soziologen habe ich vergessen, den Ethnologen habe ich mir gemerkt. Nein, Chronique de Nete war genau, also ist im Grunde ein bisschen wieder inhaltlich anders gelagert, aber ein ähnliches Projekt in Frankreich. Das ist von 1961, spielt hauptsächlich in Paris, geht auch, da geht es mehr um die Vergangenheit, also Identität, Vergangenheit, aber auch das Bild einer Nation zu dieser Zeit. Also das wäre ein vergleichbarer Film, der mir einfällt, sonst aus der Zeit. Also es ist ja auch so, dass es technisch möglich wird, diese Art von Filme zu realisieren, erst am Ende der 50er Jahre. Also wir haben schon über das Nagra gesprochen, die Schweizer haben es erfunden, ein portables Aufnahmegerät für Synchronton für 16mm-Filme und erst in dem Moment, in dem diese Technik zur Verfügung steht, wie können sie sowas machen. Und auch die Kamera, wobei, also die gab es ja dann schon bei Leacock und Flaherty, also in den USA, sozusagen der erste Einsatz war ja vor, in Wisconsin bei der Wahl 1960s, John F. Kennedy gegen Humphrey. You were Humphrey, und das war die Robert Drew und Don Alan Penbaker. Genau. Primary. Genau, und da ab der Zeit gibt es die Kameras und die Nagra, halt die Aufnahmegeräte. Aber die Frage war ja, glaube ich, ob es in den 60er Jahren noch mehrere solche Filme gibt, die das dann unternehmen und da fällt mir sonst keiner ein. Zum Thema der Sexualität so nicht, aber die, also ich meine, was mir dann noch einfiel, ist natürlich der McKinsey Report, diese berühmte empirische Sozialstudie von einem ehemaligen Insektenforscher, angestellt über das Sexualverhalten der Amerikaner, die Ende der 40er Jahre erschien, wo dann aber statistisch, aber nicht so ein Film. Genau, aber die nicht dieser Ort von Theorie geleiteter Empirie hatte. Martin. Ich finde den Film doch aus formalen Gründen sehr speziell und besonders, und zwar aus Gründen, die alle schon genannt worden sind. Du hast von Ironie und Humor gesprochen, eben war, als wir über Musik gesprochen, auch über Ironie gesprochen. Das heisst, ich würde behaupten, und der fiktionale Schluss, auch wenn der uns seltsam vorkommt, ist ja frivol. In so einem Dokumentarfilm macht man sowas eigentlich gerade nichts, sondern man endet mit so einer Botschaft, es wird ja zunehmend proletarisch, es wird immer mehr über die Arbeitswelt gesprochen und immer mehr proletarier äußern sich, die Frauen sind ja wieder weg, aber es wird über die Frauen gesprochen, die nicht arbeiten dürfen. Und nachdem der Film immer politischer geworden ist, kommt dieses frivole Schluss, das darf man im Dokumentarfilm eigentlich nicht. Also so da nochmal sowas Schmusiges, aber auch wiederum Ironisches zu machen. Und meine These jetzt, die ich aber erst jetzt aus der Diskussion gewonnen habe, ist, der ganze Film hat immer einen ironischen Unterton. Ironie heißt hier keine einzige Aussage. insbesondere in Pasolini bleibt einfach stehen. Sondern so wie das komponiert ist, so wie auch Pasolini sich immer wieder zurücknimmt, so wie die Musik das immer wieder bricht, so auch wie die, wie die, auch die Autoritäten, so wie der Moravia schon da sitzt, in sich versunken. Der wird ja auch, der sieht ja genauso aus wie die Spießer, also man darf auch das Bild nicht vergessen, der sieht genauso aus wie die Spießer im Zugabteil. Und dann fragt man sich, wo sind eigentlich die Spießer? Und so ein bisschen Bourgeoisie ist ja durchaus auch immer mal wieder vorhanden, auch am Strand, sind das ja nicht alles Arbeiterinnen. Insofern würde ich sagen, der Film ist so komponiert und Pasolini spielt doch auch mit seiner Rolle. Also ich würde ihn auch nicht so als pädagogischen Aufklärer sehen, sondern jemand, der auch seine eigene Rolle variiert und durch die Art von Montage, Musikbegleitung, Voice-Overs, Sprünge, wird jede einzelne Äußerung eigentlich in Frage gestellt. Es ergibt sich aber im Gesamtbild so eine Art politischer Film, der schon natürlich eine aufklärerische Intention hat, aber ohne irgendwie bei einem Statement stehen zu bleiben. Und das finde ich für einen Dokumentarfilm schon eigentlich eine starke Leistung. Jetzt brauche ich hier noch eine Frage, aber ich habe keine. Ja, es war eine Wiederholung im Zweifelsfall, aber es schadet ja auch nicht. In einem Punkt würde ich dir widersprechen. Ich finde Ironie in dem Fall, also es ist nicht alles ironisch. Es ist in fast allen Passagen so, und das war ja das, was ich vorhin auch schon sagte, selbst bei den Autoritäten oder den alten Männern, es wird immer, es gibt immer Brüche oder es wird immer sozusagen was ausgestellt, also gezeigt und gleichzeitig ausgestellt und damit zur Reflexion anheimgestellt. Aber ironisch ist nicht alles. Also das ist, das ist glaube ich, falsch oder übertrieben. Ganz ja, später. Ja, ich denke, die Deutung als Ironie ist ein Rettungsversuch von Pasolini, glaube ich, weil ich würde noch, es gibt ein paar Punkte, man müsste eigentlich jedes einzelne Interview analysieren und gucken, was da ist. Also mich hat auch vor allen Dingen interessiert, wie dieses Mikrofon fallisch reingeschoben wird in die Masse und was dann die anderen machen, also nicht gerade dem, der das Mikrofon hat, das interessiert mich in dem Augenblick nicht so, aber das ist auch spannend. Aber auf der anderen Seite dann, oder umgekehrt, ich fange nochmal an, ich würde der Frau Brange recht geben, ich würde sogar noch ein Brickelt nachschieben. Das hat was Missionarisches, aber nicht im Sinne von Aufklärung, sondern es ist eine Hysterisierung, was er macht. Also er hysterisiert die Gruppen, die um ihn herumstehen und das geht dann so weit, dass einzelne, gerade Frauen zum Beispiel, die vorher einigermaßen klare Aussagen treffen, dass die so verunsichert werden, dass sie sich widersprechen. Und dann hackt er da rein und sagt, aber der Beginn geht ja schon so los, wo er die Kinder verhysterisiert, wo die dann, ja wo liegt das Kind im Körbchen und ist es Gott, und er versucht dann Widersprüche festzumachen, wo die dann noch weiter verunsichert werden. Im Gegensatz dazu, die großartigen Intellektuellen, das sind ja seine Kumpels auch, die stehen da, die sitzen da rum, da wird kein Mikrofon reingeschoben, sondern das steht auf dem Tisch und jeder breitet sich da aus, da kommt, also für mich die Ideologie in Eimern, wird da über mich gekippt, beim Ungaretti ist es ja, das ist ja fast unerträglich, was der dann da von sich gibt und da sehe ich eine Verbindung übrigens ausgerechnet mit den Arbeitern. Die Arbeiter bringen auch nur vorgestanzte Meinungen und überhaupt nichts, da ist nichts oder kaum Authentisches, während bei den Frauen, bei den jungen Männern und so weiter, da ist viel Authentisches da, aber er lässt sie nicht zur Sprache kommen. Seine Kumpels, die dürfen am Tisch zehn Minuten reden oder fünf Minuten, aber bei den Interviewen, die haben kaum Zeit, einen Satz zu verenden, da wird schon die nächste Frage nachgeschoben oder differenziert und so weiter und so fort. Also ich finde es zum Teil unerträglich, was er hier macht und deshalb, es gibt glaube ich Liebe 62 von Bertolucci oder so irgendwas, das sind ganz andere Herangehensweisen, Sie haben auch vorhin Kinsey erwähnt, offensichtlich hat er von Kinsey nichts gelesen oder wo hat er... Ja, das ist nicht möglich, also es war weltweit nicht möglich, nicht Bescheid zu wissen über Kinsey. Ja gut, aber irgendwie oder von irgendwas, Interviewtechnik oder sonst irgendwas, da ist nichts da, das ist wirklich authentisch Pasolini würde ich sagen und ich muss sagen unangenehm für mich. Okay, persönliche Empfindungen kann man schlecht, ist so. Was ich aber schon anders sehe als Sie, ist A, finde ich den Begriff der Hysterisierung, ist für mich nicht, also der ist nicht nachvollziehbar. Es ist, ich habe es auch am Anfang versucht zu sagen, ein Stilmittel dieser Form des Dokumentarischen ist die Provokation, also die Cinema Verité. Es ist sozusagen die Idee, das war auch schon bei Rouge und Morin, dann im Unterschied zum Dokumentarfilm davor, der sagt, wir müssen die Leute reden lassen, wir müssen uns unauffällig machen, die Fliege an der Wand, unbemerkbar, die Menschen sollen sprechen und sollen quasi die tiefer liegenden Wahrheiten, gesellschaftlichen Widersprüche, müssen sich dann von sich selbst, aus sich selbst heraus offenbaren. Das ist dann die eine Tradition des Dokumentarfilms, des beobachtenden Dokumentarfilms, der mit dem Direct Cinema primär, worauf das Direct Cinema abzielt. Das Cinema Verité und insofern ist dieser Pasolini-Film Teil dieser Tradition, hat sozusagen aus der Unzufriedenheit mit diesem, auch das Cinema Verité hat ja zum Ziel, die dahinterliegende, eine dahinterliegende gesellschaftliche Wahrheit herauszufinden oder Dinge herauszufinden, die die Menschen selbst so gar nicht formulieren können, weil jeder Ethnologe steht vor dem Problem zwischen dem, was er beobachten kann und dem vor allem, was die Menschen formulieren können, weil wenn wir über uns selbst sprechen, können wir nicht all das formulieren, keiner von uns, ob Intellektueller oder nicht, was unsere Wirklichkeit und unsere Gesellschaft bestimmt. Also formulieren kann man immer nur die Manifesten teilen. Wie komme ich als Ethnologe oder als Filmemacher an diese tieferliegende Wahrheit, also Dinge, die die Menschen wirklich bewegen, die sie bewegen, im Hinblick eben bei dem Beispiel Pasolini, im Hinblick auf Sexualität, die nicht schon durch vorgeformte, durch die Sozialisation eingeübte, durch die Erziehung mitgegebene Meinungen, Ideologien, Vorstellungen geprägt sind. Also dass eben die Ehe die Grundlage der Gesellschaft ist oder die Familie die Grundlage der Gesellschaft, dass die Familie heilig ist, dass es nicht so etwas wie Scheidung geben darf. Wir dürfen auch hier nicht vergessen, in Italien ist die Ehe Scheidung erst seit, ich habe mir das aufgeschrieben, erst seit 2001. Das ist Wahnsinn möglich. Also Ende der 90er Jahre war es noch sehr kompliziert. Es wird bis heute gekämpft um ein neues Scheidungsrecht. Auch Renzi hat es nicht durchgekriegt, dass Scheidungen schneller gehen. Also das ist ein Thema, es geht um gesellschaftlich virulente Themen, die nicht allein durch Abfragen und eben nicht durch eine Umfrage von den Menschen, den Menschen zu entlocken sind. Weil die Prägung, die Überformung durch Religion, Gesellschaft, Sozialisation zu stark ist. Also wie kommen wir an diese dahinter liegenden Wahrheiten, die auch unsere Gesellschaft bestimmen? Da sind die einen, wir müssen beobachten, darauf warten, dass es von selber geht. Das Cinema Verité sagt nein, wir müssen uns als Filmemacher, als Regisseure wie die Kameraleute in die Interaktion mit den Menschen begeben und wir müssen provozieren, wir müssen nachfragen, wir müssen nachhaken, wir müssen diese Positionen hervorlocken. Das ist eine Technik, können Sie sagen, finde ich nicht gut, gefällt mir nicht, ist nicht meine, aber es ist nicht, also es ist nicht Hysterisierung, der Begriff scheint mir da unangemessen, es ist Provokation und natürlich, es ist dieses immer wieder nachschieben, dann auch versuchen, mehr rauszukriegen oder es zu kommentieren. Ich finde aber, und das war der Punkt, den ich am Anfang gemacht habe, es ist nie, und das ist für mich ein entscheidender Punkt, das ist ein entscheidender Punkt für jeden Dokumentarfilm, für den Anspruch eines jeden Dokumentarfilms, ist, wie er mit den Menschen, die er zeigt, umgeht. Und ich finde es hier keinen, auch bei allem, selbst wenn es mit ironischen Kommentaren dann aus dem Off oder nachsynchronisiert, kommentiert wird, es ist nie desavouierend. Es ist nie die Menschen bloßstellend. Und dieses sich in Rage reden, also ich bin schon bei dem, das ist doch was, was nicht dadurch kommt, oder überhaupt dieses eloquente Reden, was einen ja in diesem Film überrascht, von, also entweder sie reden gar nicht, oder sie reden dann schnell und viel, das kommt ja nicht dadurch, dass Pasolini sie jetzt dazu zwingt. Im Gegenteil, das ist wirklich die Dynamik der Interaktion. Also, und dann auch die Selbstdynamik. Wenn ich darf, würde ich gerne noch kurz eine Anmerkung zu der Frage der Ironie oder der Hysterisierung machen. Es passt ganz gut, dass wir eine Pasolini-Reihe machen nach Godard und Warhol. 1963 ist das Jahr, und was er hier macht, bettet sich ein in einen Kontext, in dem diese Praxis der Umfrage zu allen möglichen Lebensbereichen, Kultur, Essen, Sexualität und so weiter, eigentlich in ganz Europa weit verbreitet ist. Es gibt in Frankreich eine richtige soziologische Welle, die Godard ja dann zum Beispiel in Deux ou Trois choses que je c'est elle selbst zum Thema macht, wo diese Soziologie der Vorstädte, der neuen Vorstädte das Thema wird. Warhol ist eine interessante Referenz, weil Warhol zum Beispiel in Chelsea Girls das Interview als Verhörtechnik zum Thema macht und eigentlich die, das insistente Fragen und das Nachfragen zu Fragen der Sexualität, also eine Mischung aus Geständnis, Zwangssituation und Foltermethode immer mal wieder thematisiert und inszeniert in seinen Filmen. und es ist mir sehr wichtig, ich möchte nochmal hinweisen oder aufgreifen den Hinweis von Angela Kepler auf die scheinbar überflüssigen Aufnahmen, die Landschaft, die Setups. Es gibt die eine Einstellung, wo die Kamera über den Strand schwenkt, man sieht ein paar Passanten plötzlich diese Menschentraube und in der Menschentraube drin steht der Kameramann und steht Pasolini mit dem Mikrofon, was eine Darstellung der Darstellung des Aufnahmeprozesses ist. Die haben sich eben am Strand hingestellt mit der Kamera und geschaut, wer kommt. Und davon spricht er ja dann auch mal. Es gibt eben die Leute, die mit uns sprechen wollten, es gab die, die überhaupt nicht mit uns sprechen wollten. Und die, die dahin kommen, die wollen vor der Kamera was sagen. Und das ist das Potenzial, das er mal abschöpft. Aber ich glaube, die Lesart von Martin Seel, die kann man wirklich ganz gut durchhalten, dass es sich in gewisser Weise auch um eine Ironisierung des Dispositivs des Fernsehens handelt, des Fernsehinterviews, die Pasolini hier vorschlägt und in gewisser Weise ins Werk setzt. Das hat auf der Oberfläche was Unangenehmes, aber es ist die bimetisch übernommene Penetranz bestimmter Form des Fernsehinterviews, die er ja am Anfang, würde ich schon sagen, ironisch rammt, indem er die beiden Nestoren da fragt, ob das überhaupt Sinn hat. Und der eine sagt Thumbs up und der andere sagt Thumbs down. Und dann ist das Set up gemacht, aber er muss erst fragen, glaubt ihr, dass das überhaupt Sinn hat? Was auch schon eine Infragestellung der Tragfähigkeit der Ergebnisse darstellt. Aber das ist eben, ja. Aber das Spannende, oder das für mich Spannende an dem Film und Besondere an dem Film ist, dass es funktioniert. Im Unterschied zur Fernsehinterviewtechnik, wo es in der Tat, also wo die Antworten nur dann gezeigt werden, genommen werden, wenn sie genau passen zu dem, was gefragt wurde. Und das ist, und das war so ein Punkt, den Sie vorhin auch noch angesprochen haben. Das eigentlich Interessante wäre ja diese, oder was man noch machen müsste, diese Gruppen genauer zu beobachten, die sich dann bilden, um den Interviewer herum oder zögernd sich zusammenstellen. Klar, bei der Fußballmannschaft auch da ist zum Beispiel zieht man ja, es spielen welche weiter, welche reihen sich auf, die sich dann nach einem aus der Lombardei, aus der Romana und sonst wer auch im Interview so angesprochen werden. Aber das ist ja genau das Spannende, die Interaktionen, die sich dann in diesen Gruppen bilden. Und das habe ich ja bei dieser einen Sequenz auch versucht, also deshalb habe ich versucht, sie darauf hinzuweisen, am Schluss in Kalabrien oder selbst in Neapel passiert Interaktion in der Gruppe. Als aber mit den Frauen, als es darum geht, mit den Mädchen zu sprechen, findet keine Interaktion in der Gruppe statt. Die Mädchen sprechen zu Pasolini, die dann hergeholt werden, damit überhaupt sizilianische Mädchen dürfen ja nicht sprechen. Und die Jungs sprechen in die andere Richtung. Und deswegen, also vielleicht dann doch nochmal, er ist nicht mehr da, das Besondere an diesem Film ist, dass er uns über das, was wir sehen, so viel Aufschluss gibt, über Dinge, von denen vielleicht gar nicht die Rede ist. Oder die in dem Sprechen nicht zum Ausdruck kommen. Und das ist für mich das Faszinierende. Auch bei den alten Männern im versuchen, auf die alten Männer und überhaupt diese Frage nach dem politischen zurückzukommen. Also ich finde, der erste Satz von von Vincenz Hediger, Pasolini weiß schon ganz genau, was er wissen will, trifft doch sehr viel von dem Film. Und ich würde das nochmal, also ohne jetzt die Qualität oder die formale Differenziertheit in Abrede zu stellen, das ist sicherlich ein, also natürlich da. Aber gegenüber anderen Filmen, also die jetzt nicht so stark Pasolini mit seinen eigenen Texten in den Vordergrund rücken, finde ich diesen Film schwächer, weil er eben so überdeutlich ist. Ich sehe eben nicht diese Pluralität der Meinungen und dieses freie Spiel, das sehe ich eben nicht so sehr. Und gerade also auch der Gesichtspunkt der Befragung, das wäre wirklich ein interessanter Vergleich mit Godard zum Beispiel, der ja auch das Interview stark macht, zum Beispiel in Tuva Bien 1972. Hier, da geht es um einen Fabrikstreik und extra sozusagen keine, also nicht eben authentische, also wirkliche Arbeiter nimmt, sondern Berufsschauspieler, weil er eben, weil er eben strukturell doch die Einsicht hat, dass das dann eben diese, ja ein, er nimmt sozusagen Rücksicht darauf, dass also der Arbeiter nicht diese Sprache oder eben diese Reflexion machen kann, die da von ihm verlangt wird, sodass es in diesem Film für mich doch bleibt bei dieser Diskrepanz. Ich sehe die Intellektuellen reflektieren über ein Material und dieses Material ist eben gegeben in diesen, ja, Äußerungen der Ignoranz und der politischen Dummheit und des Konformismus und also um nochmal, ich denke, es ist wirklich ein Manifestfilm. Also ich würde wirklich so weit gehen, um zu sagen, es geht auf der einen Seite eben um die Reflexion, die leisten in Moravia und die Gruppe und eben dann diese Anschaulichkeit der, ja, der, der Borniertheit letzten Endes, die wird ja durchaus ausgestellt und die wird auch abqualifiziert zwischendurch immer mal wieder. Also er spricht davon, Pasolini, wenn es bei den Fabrikarbeitern um diese Bordell, um dieses Lex Merlin geht, wo die Bordells aufgelöst wurden und die Frauen nun auf die Straße geschickt werden, das findet ja Pasolini selbst, ist ein demokratisches Gesetz und er findet eigentlich, dass es nicht angemessen ist, dass alle eben für, gegen dieses Gesetz sind und er spricht, dass es doch sich um unwürdige Ansichten eines Arbeiters handelt. Direkt zu dem Arbeiter, also das ist, das sind, ja klar, das ist todernst gemeint, also da können Sie sicher sein, das ist Pasolini, wie er denkt und wie man ihn in seinen politischen Schriften abholen kann. Das wird dann am Schluss zu Ende gedacht in dieser Brautszene, also die ist ja grotesk, also diese Kleinbürgerhochzeit am Schluss, das ist ja eine Groteske, wo er eben ausstellt diesen Konformismus, dass es um nichts anderes geht in diesem Denken als um die kleinbürgerliche Ehe, um die heterosexuelle kleinbürgerliche Ehe, auf die alles zuläuft, also dieser Ekel vor dem Anderen, dem Anderen der Prostitution, dem Anderen der Homosexualität und so weiter und da stellt er die sozusagen nochmal auf den Thron und sagt ja dann ganz klipp und klar, ja schön, diese unschuldige Liebe, die von nichts wissen will und die haben ja das Recht, das gleiche zu tun wie ihre Eltern, das Recht nehmen sie wahr, aber sie sollen doch, und da kommt eben wieder der Pädagoge, es soll doch zu der Liebe das Bewusstsein der Liebe kommen, also es ist wirklich missionarisch, also kann ich mich nur anschließen und es ist dann eben doch zu eins zu eins zu dieser politischen Doktrin, die er wirklich auch im Gegensatz zu seiner Dichtung da etwas sehr holzschnittartig ausbreitet. Ja, vielleicht, es wiederholt sich jetzt ja zum Teil, das haben Sie auch vorhin schon gesagt, aber es gibt doch zwei Dinge, auf die möchte ich schon nochmal eingehen. Also das eine ist, ein Filmemacher, der nicht weiß, was er tut, ist glaube ich per se ein schlechter Filmemacher, insofern kann man die Aussage, dass Pasolini schon sehr genau weiß, was er tut und was er mit diesem Film auch machen will, kann man nicht sagen, okay, genau das zeigt der Film und deshalb ist es ein schlechter Film, also das finde ich ein bisschen sehr kurz gesprungen. Das andere, der Vergleich mit... Okay, also den anderen Punkt natürlich, da sprechen Sie auch was an, was in der mit dem, das war der Punkt, ob Godard das nicht alles besser gemacht hat oder dadurch vor allem besser gemacht hat. Dass er sagt, es macht keinen Sinn, also da gebe ich Sie jetzt wieder, es macht keinen Sinn, oder hoffe richtig, es macht keinen Sinn, die Menschen selbst zum Sprechen bringen zu wollen, weil sie können sich nicht ausdrücken, insofern ist es besser, wir nehmen Schauspieler und inszenieren das nach. Das ist ja ein Punkt, der begleitet die Dokumentarfilmgeschichte von Anfang an, das ist schon der Grund, also der Grundwiderspruch zwischen Werthoff und Eisenstein ist im Grund derselbe. Werthoff, der sagt mit der Kino Bravda, das Kameraauge ist dazu geeignet, das Besondere des Kameraauges ist, dass es selbst uns zeigt, wie die Welt ist, wir müssen nichts dazu tun, ich vereinfache natürlich unverhältnismäßig. Und die Eisensteinschule, die sagt, über die Kamera allein bekommen wir gar nichts mit von der Wirklichkeit, nur durch die Montage, durch die Ordnung, durch die Anordnung. Genauso ist in der ganzen Dokumentarfilmgeschichte gibt es immer wieder diese Diskussion. Im Übrigen auch genau das ein Unterschied wieder zwischen Direct Cinema und Cinema Vérité. Das Cinema Vérité, eben bei Jean Rouge und Morin, die haben angefangen, Szenen immer wieder von, aber von den Leuten selbst spielen zu lassen. Also, dass die Leute, wie im Reality TV, wie im Descripted Reality, also dass sie Szenen aus ihrem Alltag sehen, die die Filmemacher beobachtet haben, oder die die Leute selbst erzählt haben, dann nicht in Anführungszeichen einfach gefilmt werden, sondern dass sie immer wieder und wieder, häufig mehrere Male nachgestellt werden von den Protagonisten selbst, bis dann, nach Meinung der Dokumentarfilmer, die wirkliche Wirklichkeit gezeigt werden konnte. Also, diese Frage danach, kann man den Menschen zutrauen, vertrauen, dass, wenn sie über sich selbst sprechen, dass sie die Wahrheit über ihr Leben sagen können, zum Ausdruck bringen können oder nicht, geht es gar nicht oder geht es? Das ist ja die Grundproblematik und die Grundfrage. Und da gibt es im Dokumentarischen diese verschiedenen, immer wieder, also alle Dokumentarfilmer und Filmerinnen, ich rede immer noch von Filmern, haben ja das Ziel. Das ist der Grundgedanke des Dokumentarfilms. Der Weg dahin ist sehr unterschiedlich. Also, es wird immer wieder versucht, diesen Weg anders zu gehen. Ich glaube nicht, dass es die eine Lösung dafür gibt. Und bei Pasolini haben wir sicher eine Variante, die sich eben, und das ist für mich die Stärke des Films, die sich nicht festlegt auf das eine oder das andere. Er ist sehr präsent, das habe ich am Anfang versucht auch zu sagen, er mischt sich ein, er provoziert, er kommentiert. Er kommentiert häufig sehr ironisch, er kommentiert oft in der Situation knapp, anders aber dann auch hinterher, nämlich die Kommentare werden reingeschnitten. Aber es ergibt sich dadurch eben nicht dieses bloßstellende, desavouierende Bild, sondern es ergibt sich ein Bild, das uns was zeigt, das über das hinausgeht, was die Leute zum Teil selbst äußern und eben nicht nur die Herren Schriftsteller und Psychoanalytiker, sondern es zeigt sich in den Gesprächen der Menschen, die er interviewt. Und da überzeugt mich das überhaupt nicht, dass sie es quasi so reduzieren. Sie nehmen ja auch nur die Rolle von Pasolini wahr. Sie nehmen nicht wirklich die Rolle der Leute, die sprechen, wahr. Wäre jetzt meine Entgegnung, Frau Prange. Wir nähern uns mit großen Schritten dem neuen Talk und haben jetzt Zeit für noch eine kurze Frage. Zwei Fragen. Ich habe eine ganz kurze Frage. Was ist Ihre große Meinung über die Meinung von Pasolini, warum er diesen Film gemacht hat, wie er es gemacht hat? Warum hat Pasolini diesen Film so gemacht, wie er ihn gemacht hat? Hui. Ich vermute, Sie wollen ja nicht das nochmal hören, was wir jetzt die ganze Zeit versucht haben zu sagen. Also vielleicht können Sie Ihre Frage noch ein bisschen, mir den Hintergrund Ihrer Frage noch ein bisschen explizieren. Ich glaube, dann kann ich leichter antworten. Erstens sprechen wir über die Zeit. Aber was wir nicht sprechen über diese Zeit ist, Es ist genau der Zeit, wo Frauen durch katholische Forschung eine neue sexuelle Freiheit auf dem Platten hingelegt waren. Und zweitens, alles was ich weiß über Pasolini, und ich weiß nicht viel, ist, dass er eine, sagen wir, eine Pixie ist. Ein Pixie ist ein mythologischer, kleiner Buch, der ein bisschen die Welt wieder mischt. Und er hat Spaß dabei. Und der größte Spaß war, ein bisschen in den Unbekannt zu gehen und dann zurückzuziehen. Und das ist genau der Fehler, der ihm das totgebracht hat. Und ich glaube, das ist Indigent in seinem Leben. Sie meinen, dass er sozusagen diese Rolle des Ruhestörers, oder des, der in einem gesellschaftlichen Aufbruchsprozess, deswegen habe ich vorhin mal so gesagt, das Italien, das er zeigt, das im Film zur Sprache kommt, ist eigentlich noch nicht das Italien des Aufbruchs. Also auch noch nicht das Italien der sexuellen Befreiung oder der Gleichstellung von Mann und Frau. Obwohl ja interessanter, also interessanterweise dieses, die Oriana Falaci, die auftritt, die spricht vom Matriarchat, das sich in Italien und wo auch immer vollzieht. Ich meine, wo war zu der Zeit das Matriarchat? Da würde ich sagen, da ist wirklich der Irrglaube der, der Irrglaube der Intellektuellen. Also dieser, da sind es nicht die alten Männer in dem Fall, sondern, egal, also dieser Irrglaube, aber nein, ja, dieses Ruhestörer-Moment, also dieses, ein bisschen den Finger in was zu legen, was gerade auch am sich verändern, hoffentlich ist, aber sich dann doch viel langsamer verändert. Und das ist, das ist für mich das, im Unterschied zu Ihrer, zu Ihrer Auffassung das Spannende an dem Film. Also, und da hätte die Zeugen auch sagen können, das ist, warum ich den Film gut finde. Okay, noch eine allerletzte kurze Frage vor Mitternacht. Eine allerletzte Bemerkung eher, und zwar haben wir ja schon einiges von Pasolini gesehen, und ich erinnere mich an die Apunti, und da muss ich allerdings auch sagen, dass er da manchmal sehr anmassend drüber kam. Das war dieses mit Indien, war nicht der Film, da hatte er sich sehr herablassend über die Menschen dort teilweise geäussert. Da hatte ich danach auch ein ziemlich negatives Bild von ihm einfach und dachte, er ist doch ziemlich anmaßend. Deswegen kann ich verstehen, dass man das hier gerade mit der intellektuellen Runde auch so interpretieren kann, dass er so ein bisschen von seinem hohen Ross das beurteilt, im Hintergrund mit den Apunti und mit dem, was über die Vangelo del Mateo, da hat er auch, glaube ich, noch einen Dokumentarfilm gedreht. Und da hatte man durchaus so den Eindruck gewonnen. Ja, also, das ist, ich finde es immer schwierig, also da ich, natürlich muss man Filme eines Autors im Kontext seiner anderen Filme sehen und kontextualisieren, aber ich habe diesen Film als Film, als Einzelprodukt oder dieses Produkt jetzt für heute genommen und mir angeschaut und nach seinen Stärken und, gut, die Schwächen kamen jetzt vielleicht ein bisschen kurz bei mir, aber ich war auch erstaunt, wie, ich fand ihn auch wirklich stark beim Wiedersehen, stärker als in meiner Erinnerung. Ich gebe ihm völlig recht, also, dass der Film auch Schwächen hat oder dass man in dem Punkt... Ja, ja, aber wenn man... Ja, aber das finde ich hier eigentlich gerade nicht, selbst dann, wenn in diesen Szenen, wo er dann also schon mal so mehr oder weniger trocken kommentiert oder auch nicht der Meinung ist, derer, die ihm was sagen, finde ich es nicht, also ich finde es nicht desavouierend, ich finde es nicht nicht bloßstellend. Ich meine, wenn man sich die politischen Schriften anschaut, da gibt es oftmals Äusserungen, in denen er das, wo man auch das Gefühl hat, jetzt performiert er das Vorurteil seiner Klasse. Er ist jetzt der, den er glaubt zu sein aufgrund seiner biografischen Herkunft, um dann im nächsten Abschnitt genau dieses Vorurteil zu dekonstruieren. Also das ist auch Teil einer Performance. Und im Übrigen, also bei Gomizzi da Morel, nur als letzte Anmerkung, ist er auch als Ethnograph erfolgreich. Wir lernen aus diesem Film, ich zumindest, habe aus diesem Film gelernt, was das strukturierende Prinzip der sexuellen, der Geschlechterordnung in Süditalien ist. Eifersucht. That's it. A one-word-Explanation. Willst du Schlusswort sein? Das ist es. Wir sagen ganz herzlichen Dank dafür, was wir alles heute erfahren haben. Angela Keppler, Dankeschön für den Vortrag und die Diskussion. Und natürlich auch ein bisschen Cediger. Und ich möchte ganz kurz noch darauf hinweisen, die nächste Veranstaltung ist wegen von Leichnam erst in drei Wochen, am 11. Juni. Dann zeigen wir Ihnen Akkartone von R.W. Joubert-Lonsen präsentiert in Französisch mit deutschen Übertiteln. Also, kommen Sie gut nach Hause und bis dann. Tschüss.